Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. So, der Bibel sagt uns, in 1. Petrus, Kapitel 3, dass wir durch unseren Zeugnis viel dazu beitragen, dass unser Partner Jesus fängt. Wie der, der weite, dass unser Haus heilig ist, dass einer betätet ist. Weil es die Gehäinwurt von Jesus Christus ist das Licht, und das Licht, der die Sternis aus unserem Haus rüttriebe. So, wenn einer betätet ist, das ganze Haus wird mit Licht gefällt. Die Bibel sagt, leif an dem Herrn Jesus Christus, so wirst du in dein Haus seilig. Das sind alle Versprechen Gottes, die stöne dafür, dass das Haus wird gesehen, wenn einer mit Jesus steht. Aber das Taubleben ist vorgegangen nicht so einfach. So, eigentlich ist es wichtig, dass wir dem, der nicht mit Jesus steht, nicht würde zum Anstoß sein, dass wir ihm nicht verachten, dass wir ihm nicht weichsteiten und sei, du bist ein Weltmensch. Wie man das Klo haben, dass man wie viel Jebungen gefunden hat, dann ist das der Schnur, nicht, wie wir das verdient haben. Er will Gott uns geleift haben. Und der Leib wird bestohlen bleiben, so dass wir unserem Partner auch leib bewiesen. Weil es der Leib kann an dem Jesus treten, weil wir am Wiese, dass wir am Leib irgendwann noch nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. Der Leib ist stört ja aus allen Diskussionen, die wir haben, weil wir darum beten. Herr Jesus, ich bete dir nun für all die, die einen Partner haben, der noch nicht gläubig ist. Dass wir aus diesen Menschen haben viel Leib bewiesen. Dass wir ein Zeugnis haben. Dass das Zeugnis wird das Wort bewägen, bewägen. Und dass du wirktest, dass der eigene Partner auch bald eine Entscheidung traf, den Kind zu sehen. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal mit einer Hoffnungsbotschaft. Das wird eine Produktion von Jesus Responde am Mundo de hoy. Töp, mit dem Namen Jesu gerade schreibe über Paraguay und der Welt. Kontaktier uns in ja info arroba jesusresponde.com und bis auf Bis zum nächsten Mal,